Ich mache dann gleich weiter mit Leroy, dem Hengstfohlen dieser Stute. Auch hier, das haben Sie auch alle gesehen und ebenfalls, denke ich, auch mit Stine Dablaus kommentiert, ein sehr gelungenes Hengstfohlen in der Mach-Out-Art im Vergleich zur Stute, ein Typ vielleicht einen Hauch schlichter noch, aber ansonsten auch ähnliche Körperformationen. Gruppe würden wir uns vielleicht noch mit einem etwas tiefer angesetzten Schweifersatz wünschen, aber ansonsten ebenfalls auch in der Grundgangarten mit viel Schwung versehen, viel Mechanik, gute Schulterfreiheit, die haben wir ebenfalls die Grundgangarten im Trabengalopp gut bzw. sehr gut bewertet und auch im Gesamteindruck erhält dieses Fohlen sehr auch hier herzlichen Glückwunsch in unseren Verlungen und Klösen und alles Gute für die Aufzucht. Tempeln